Hey Leute, Willkommen zurück! Mein Name ist Jadon und jetzt geht es los mit meinem neuen Projekt Einviodrive. Einige von euch haben eventuell schon von diesem Spiel gehört. Das ist ein sehr auf Atmosphäre aufbauendes Spiel mit, ja, relativ guten Soundeffekten. Ich habe schon die Demo ein bisschen, also die Demo habe ich schon gespielt, daher kenne ich den Anfang des Spiels. Und ab da wird es aber komplett blind, also nach der Demo, nach dem Ende der Demo, kenne ich nichts mehr. Ich würde sagen, dann legen wir einfach mal los und drücken auf neues Spiel. Die Demo ist immer wichtig. Die Demo ist immer wichtig. 20 Jahre später. So startet dieses Spiel. In der Demo habe ich mich dumm und dämlich gesucht an dieser Stelle, denn hier komme ich nicht durch. Ich kann nicht auf das Grundstück, weil ich einen Schlüssel brauche und ich war einfach tatsächlich zu blöd, diesen Schlüssel in der Demo zu finden. Ich habe hier um die Ecke geschaut. An den unmöglichsten Orten dabei liegt er hier. Unter diesem Schild. Direkt hier. Ja. Ich habe länger gebraucht, als dass es mir lieb ist. So, dann gehen wir mal hier. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Ja, ist schon okay. Hier haben wir schon das nächste Problem. Es fehlt der passende Schlüssel. Tja, man kann jetzt vermuten, ich hätte wieder so lange gebraucht. Aber... Dieses Mal habe ich... Dann habe ich es geschnallt, dass diese Schlüssel zumindest am Anfang nicht allzu weit weg sind. So. Ähm... Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Ja, wie gesagt, den Anfang kenne ich ja jetzt schon. Auch wenn ich ihn nicht in und auswendig kenne. Ich weiß nur, hier irgendwo unten war jetzt, ähm... Das, was ich will. Ach, hier ist direkt der Schlüssel. G. Und der passt dann hier irgendwo wieder in die Tür rein. Ja, guck an, die hier ist offen. Ein Licht machen hier. Und, äh... Streichhölzer. Und noch ein Key. Schlüssel. So, dann war hier... geschlossen. Ist offen. Licht bitte. Mehr Streichhölzer. Die kann man benutzen, um hier diese... Kerzen und... Kronleuchter. Äh... Kronleuchter. Nicht Kronleuchter. Äh... Kerzen anzuzünden, hier ist noch ein Schlüssel. Wenn ich jetzt diese Statue ganz unauffällig lange ansehe... Hallo? Hallo? Ah, das will aber nicht. Ja. Kann eben nicht. Vielleicht ist... Was ist denn jetzt hier? Ich glaube hoch musste ich jetzt. Die Demo dauert eh nicht so lange, also... Na aber waa... Aha. Da brauchte ich jetzt gar keinen Schlüssel für, ne? Batterien. Ich brauch eine Taschenlampe. Schöne Musik. Also wir laufen nicht auf. Man muss hier auf die Soundeffekte in dem Spiel achten. Wie viel äh... Wie viel äh... Wie viel Atmosphäre wird durch den Sound... Was? Waaat? Okay. Und meine Maus? Der Streichhölzer kann ich aber nicht auf. Du hast bereits 10. Und was ist denn jetzt mit meiner Maus hier? Noch mehr Batterien? Der ist aber... Sonst ist ja nix, ne? Nee. Ah, guck an die hier gehen noch auf. Da hab ich wohl einen Schlüssel bekommen. Ist noch ein Key? Der wohl passt jetzt. Ach du schon? Gott. Hallo? Hört sich irgendwie an wie so'n... So ein Strick. Ah, jetzt wirds damit doch ganz schön dunkel. Hier gehts auch auf. War ich hier? Ich war doch hier schon, oder? Natürlich war ich hier schon. Doch, da ist die Katze. Das war zu. Das war offen. Wo ist denn? Also irgendwas habe ich jetzt übersehen. Ich sehe absolut gar nichts. Ah, kein Licht für mich. Hier geht es noch auf. War ich inzwischen? Ja, hier war ich auch schon. Hallo? War ich hier? Hier war ich auch schade. Ja, ja. Hier ist... Da. Gott. Sie haben gehört, das wird hier irgendwie hinter mir... ...einen Stuhl verrücken oder so. What? Es wird hier irgend so ein Toter an dem Strickbaum. Mach mal Licht hier. Oh. Boah. Ich sehe... Ich sehe keinen Lichtschalter. Hier geht es auch nicht... Ah, hier ist noch... Guck mal diese... Diese Kulisse. Ach komm. Ist hier noch eine Tür? Ich sehe kaum was. Hier... Ah, hier. Hier kann ich rein... Oh Gott. Licht. Die Box... Kann ich nicht... Ist hier nur noch egal. Ach, guck an. Eine Taschenlampe. Genau, ja, ja. Taschenlampe. Die verbraucht aber rechts oben der Anzeige nach Batterien. Und hier sind noch Batterien. Ach, die schöne Musik. Kann ich hier... Ach, das ist hier das Licht. Jetzt habe ich aber... Jetzt habe ich aber... Keine... Weiteren Schlüssel gefunden, oder? So diese Taschenlampe. Vielleicht doch nochmal hier. Vielleicht ein Schlüssel... Im Regal. Kann mich nicht mehr erinnern. Die Demo ist auch schon eine Weile her. Kann auch nicht rein. Das hier... Kann ich auch nicht. Mein Gott, hey. Kann ich hier rein? Doch. Ach, guck nochmal... Einfach nochmal alle Räume durchgucken. Vielleicht habe ich irgendwie was... Überseh... Die Tür? Nee. Da nochmal Batterien, genau. So, haben wir jetzt hier noch... Ein Schlüsselchen. Wäre ganz nett. Leute. Das... Nicht zu Hause. Das wäre hier... Wot... Hier oben verschiebt irgendjemand Möbel. Also... Das war aber vorher noch nicht so, oder? Dass ich hier reinkam. Streichhölzer... Es ist... Es ist... Da hat... Da hat jemand Möbel verschoben. Zins. Gestapelt. Da ist aber jemanden ordentlich langweilig hier. Naja, komm. Angekommen im alten Landhaus. Es macht einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich. Das habe ich damals geschrieben. Tag 2. Ach... Jetzt wachen wir hier auf. Okay. Ich mag die Spieluhr. Was ist denn mit der Musik jetzt hier? Ich habe mal... Auf zur... 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 Suche nach einem weiteren Schlüssel. Ne? Da muss ja unbedingt alles versperrt sein, ne? Ähm... Ach, das ist aber... Hier ein... Cooles Telefon. So Retro-Style. Aber immer noch mit... Äh... Äh... Nicht mit WL-Scheibe, sondern mit digitaler Eingabe. Hat sogar ein Display. Das dürfte irgendwas um die Ecke auf mich warten, ne? Mit dieser Musik. Wahnsinnig werden. Ich... 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 W... Ich... ab hier ist es ja komplett okay heute ist es wieder normal hier wenn ich geschlafen habe waren die leute wieder mal fleißig und haben mir extra batterien hier gelassen das ist aber nett aber sehr nett ab hier ist es ja komplett blind ich hab jetzt keine ahnung mehr wo was sein könnte auch zu ich dachte schon die pflanze wäre jemand es flackert also batterie da wird die batterie alle trau der musik ach nee hier war ja auch schon ach wieso lasse ich eigentlich die taschenlampe so lange an wenn ich hier ganz gemütlich licht schalter hab ich sehe hier sonst nix und hier vielleicht die kerze flügel ist ja auch nichts jetzt habe ich absolut doch wie pack ich eigentlich eine batterie da rein also mit er ja mit er wort was tut es mal lieber die die taschenlampe nicht so lange anders lichtschalter bitte da licht da kann ich immer noch nicht rein hier war ich doch schon drin ja die ruhe schlägt 12 passende schlüssel mann die geräusche ne da ab bediene ein